Heute mal außerhalb der Reihe die Review der neuen Double DZ Waffe Ihr seht schon 2 Pistolen, relativ ungewöhnlich Und... Boah... Fangen wir doch gleich mal an Ähm... Ich bin gewünscht oder dem nicht dafür, dass es bloß eine Assault ist Ähm... Ja... Genauer Zeit Ist ok Rutsch ist auch ok Radiant oder Ranks ist egal Genau wie Reload Die Rate ist in dem Fall auch fast egal Da passt die T20, können ein bisschen mehr sein Ist keine Automatik Und jetzt die große Besonderheit ist Mobilität 110% Ja... Was heißt das? Das heißt, dass die Ungewöhnlich schnell ist Hatte sonst vor uns Also die letzten Folgen schon gesehen AK Gold zum Beispiel Hat auch nicht 100% 因為 wir hatten 2 2 3 3 5 3 4 4 5 3 4 Das wäre ne Kappel-Obit 2-Games. Wenn der Kappel schlecht, der hält sich so schlecht. Ah, das ist auch gern, aber das hat ich nicht. Ich weiß schon, dass es in der Zeit umgeht. Aber 30 FPS sind dort schon nett. Und ich kippe auch nicht an dem E-Left des Lenk-Tabiers. Also man muss dafür jeden Schuss einmal klicken. So weit gesprungen. Ja, Mobster, das war die. Die ist jetzt bei mir auch noch im Angebot. Ob eine Collect-Buffer. Also die sind jetzt limited. Weil ich auch schon fast noch rauskommt, oder? Weil es die... Es ist ja auch bis in dieser Komplikation. Und man könnte... Minika! Fuuuck! Jetzt denkt ihr, dass es kein Befangen wird. Ich werde mit dem Anten-Load und das... Ich werde nicht mehr kätseln. Load! Wasch! Das hört geil aus, finde ich. Und ihr seht mal, ich habe damit sogar gegen Minika dann eine Chance, wenn ich nicht lösen würde. Das hört es doch an. Ich muss jetzt ungefähr der Wege gehen. Hammer, ich weiß nicht, okay. Ich meine meine... Ach meine meine, ich sage es auch immer wieder zu hoch. Ja, oblischig es gar nicht gönig. Ich bin froh, dass ich mich sehr erfolgreich mache. Ich möchte mir das jetzt ein haben und dann gehe ich zuerst mit uns da. Da, da, hab ich gesehen. Oh, scheiße, Mini-Gun. Oh, kein Bock. Trotz der doch so vielen FPS, wäre das nicht wenig. Ich kann nicht mehr mit dem Mini-Gun, aber ich hätte ja nicht mehr mit dem Auto gekrochen. Bei Leuten, die hier eben noch TL fangen, ist es gut über Töbel. Ich bin jetzt nicht mehr mit dem Mini-Gun. Das hat jetzt automatisch geäumt. Großer, wie ich das. Ich habe jetzt da. TL Ah, hier. 10 10 Also Leute, die 10 haben, die kann ich mit einem anlegen. Oder? Doch. Aber nachgucken. 10 Und wo der 2 ist. Ja doch, kann ich. Da. Aber das ist größer, wenn man sich 12 ist. Aber trotzdem ungewöhnlich wurde, nicht. Das habe ich dem gezeigt, der Orle. Noch mehr der Verweis an Julius. Man kann gewinnen, also man kann Kiffsmangen, wenn man auch noch so wenige Affaires hat. Ich bin das gute Beispiel dafür. Die Füße ist im Misten wieder ein paar mal gerubelt. Deswegen möchte ich die Aufnahmen jetzt auch beenden. Ich würde sie mir kaufen, die ist gut. Das ist eben keine Automatik, aber die 110% Mobilität reißen es locker wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Tschau.